Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Crossing. Ich bin Nesu und heute an meiner Seite ist die Lieder. Hallo Lieder. Hallo. Lieder, wir beide konnten uns Crossing vorab ansehen. Er startet am 18. Juli in den deutschen Kinos. Es ist der neue Film von Regisseur Levan Akin. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Kanntest du von ihm schon Filme? Weil ich muss ehrlich gesagt sagen, Crossing ist jetzt mein erster Film, den ich von ihm gesehen habe. Ja, ich kannte den Film, den er davor gemacht hat und der auch derjenige war, der bisher am meisten Aufmerksamkeit bekommen hatte, nämlich When We Danced. Okay, sagt mir tatsächlich gar nichts. Aber das soll nicht viel heißen. Der Film hatte seine Deutschlandpremiere bereits im Februar auf der Berlinale und ich würde jetzt mal ganz spontan wetten, dass du ihn dort auch gesehen hast. Genau, denn dort hat er die Sektion Panorama eröffnet und ist, wenn ich mich richtig erinnere, auch mit dem Publikumspreis ausgezeichnet worden. Okay, ob er diesen Preis unserer Meinung nach verdient hat, werden wir jetzt mal ergründen. Bevor wir das machen, muss geklärt werden, worum geht es eigentlich in Crossing, der in Deutschland noch diesen Beititel hat auf der Suche nach Tekla, wenn ich mich richtig informiert habe. Lida, bitte klär uns auf. Was ist die Handlung von Crossing? Ja, besagte Tekla wird gesucht. Sie ist die Nichte der eigentlichen Hauptfigur namens Lia. Sie ist eine ältere Dame, die auf der Suche nach der Nichte, die trans ist. Was entscheidend ist, da sie nämlich von ihrer sehr reaktionär-konservativen Familie verbannt und ausgestoßen wurde, in die Türkei geflohen ist und nun dort irgendwo verschwunden. Und Lia denkt eben an ihre Nichte zurück und versucht, sie irgendwie zu finden, zu gucken, ob es ihr gut geht. Kurz vor der Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei gerät sie denn an einen jungen Mann, der behauptet, Tekla gekannt zu haben. Sie hat dort kurz vorher auch tatsächlich gewohnt mit anderen Transmenschen in einer Unterkunft. Und das ist einfach der Sohn ihres Nachbarn, etwa 17, 18 Jahre alt, der dann auch sich als Dolmetscher anbietet und behauptet, die Adresse von Tekla in Istanbul zu haben. Sobald aber dieses recht ungewöhnliche Paar der älteren Dame und des jungen Mannes in Istanbul angekommen sind, kommt raus, er kannte sie wohl doch nicht bei weitem so gut. Und Tekla ist nicht aufzufinden, aber so schnell lässt sich Lia nicht einschüchtern und sie findet auch die Hilfe einer jungen Anwältin, die selbst versucht, Intoleranz und ihre semikriminelle Vergangenheit zu überwinden, um sich für Transmenschen dort in Istanbul einzusetzen. Vielen Dank. Ich sag's frei raus, ich war nicht gespannt auf diesen Film, ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, was mich erwartet. Ich bin da relativ blind reingegangen, ich hatte gehört, dass er halt eben auf der Berlinale lief und da auch recht gut ankam. Und ich hatte bei dem Film schon meine Startschwierigkeiten. Ich fand, der hat mich so in diese Handlung so reingedrückt und dann schau mal, wie du zurechtkommst. Das, was ich eigentlich okay finde, aber ich weiß nicht, woran es lag und seitdem ich diesen Film geguckt habe, versuche ich es irgendwie zu ergründen. Der hat mich irgendwie kalt gelassen und dabei gab es da sehr viele Faktoren, die ich hochgradig interessant fand. Vor allem, wenn es um dieses Thema geht, der Transsexuellen in Istanbul, gerade halt, wenn es um diese Anwältin geht, die da für die Rechte eintritt. Aber ich saß, muss ich ehrlich gesagt zugeben, diese knapp 100, 110 Minuten im Kino, hab mir das angesehen, fand das alles soweit auch okay, gut gespielt, sogar teilweise hervorragend gespielt. Es wirkte authentisch, es wirkte nahbar, es wirkte kritisch, aber es hat mich, warum auch immer, nicht erreicht. Und ich weiß immer noch nicht, warum. Und ich fürchte, mehr kann ich über diesen Film nicht sagen und hoffe jetzt sehr, dass du da mehr jetzt in die Waagschale legen kannst als ich. Ja, zum ersten Mal muss ich einen kleinen Fehler korrigieren. Ich hatte gerade, glaube ich, gesagt, dass die Lia aus Bulgarien kommt und es ist Georgien. Also, pardon dafür, sie kommt aus Georgien, aber das ist eben… Beim Telestammtisch wird eine neue Stelle frei. Wir haben uns nicht von unserer Redakteurin niedergetrennt. War nur ein kleiner Test. Ja, wer hat aufgepasst? Wer ist hier aufmerksam? Du hättest es sofort korrigieren müssen und sagen müssen, nein, ein entscheidender Fehler hier. Schon wieder einen Job verloren. Zwei neue Stellen. Zwei neue Stellen. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen, denn auch mich hat der Film nur bedingt berührt, was auch damit zu tun hat, dass wir hier insgesamt vier Geschichten serviert bekommen. Es gibt nämlich noch eine vierte, die ich bei der Zusammenfassung nicht erwähnt habe, da sie für die Haupthandlung wirklich nahezu keine Funktion hat und nur wie ein dekoratives Anhängsel wirkt. Wir folgen da nämlich zwei Straßenkindern, die sich in Istanbul so mit Musik, kleinen Diebstählen und Containern durchschlagen und an einer Stelle von der Anwältin, die sich dann auch um Lias Fall kümmert, aus dem Gefängnis oder beziehungsweise der Verwahrung geholt werden. Diese Zerfaserung, die es wirklich ist, macht es sehr schwer, sich hier auf ein Figurenpaar oder eine bestimmte Story zu konzentrieren. Dabei gibt es aber auch durchaus starke Darstellungen. Insbesondere möchte ich hier Sia Arabuli hervorheben, die Lia spielt und das auch sehr energetisch macht. Aber man hat auch das Gefühl, dass diese Story nicht wirklich weiß, wo sie hin will. Also wir haben hier einen sehr vielversprechenden Anfang und sobald dann Lia und ihr junger Begleiter in Istanbul angekommen sind, tritt diese Geschichte ungeheuer auf der Stelle. Ja, und ich muss auch sagen, dieser junge Begleiter, ich glaube, sein Name ist Aki oder Aki. Ich fand ihn nicht unnütz, aber ich konnte mit dem einfach nichts anfangen. Also für mich war das irgendwann fast schon ein Running Gag, dass er einfach nur Hunger hatte und irgendwie auch nur Bullshit gemacht hat aus meiner Perspektive, wo ich dachte, okay, er ist halt jung, aber es kann doch nicht sein, dass er sich gerade so verhält. Ich weiß nicht, was der Nutzen von dieser Figur sein soll. Soll er Dynamik reinbringen, weil das hat für mich nicht funktioniert. Er war für mich irgendwann wirklich wie ein Fremdkörper und auch diese Annäherung zwischen ihm und Lia, die ja auch nach und nach vollzogen würden, auch nicht auf so eine Art Hollywood-Art und Weise, sondern schon eher bedacht und mit ganz vielen Hürden, die umrundet oder auch einfach umgelaufen werden. Aber es hat nicht funktioniert. Und ich muss auch sagen, diese vierte Geschichte mit diesen zwei Straßenkindern, ich fand das so interessant, denen zuzugucken. Und das hat mich so bewegt, dass mich alles andere tatsächlich, ja, Kalk gelassen klingt jetzt zu hart, weil diese Thematik schon echt stark ist, die da aufgemacht wird. Aber ich wollte tatsächlich irgendwann wissen, wie geht es jetzt den zwei Kindern eigentlich? Weil ich weiß nicht, das hat mich so mehr reingezogen in diese Welt als die Geschichte jetzt von Lia und dieser Anwältin und ihrem Begleiter als alles andere. Und das fand ich schade. Wobei ich dem Film jetzt auch nichts Böses will, weil ich finde, das ist ein durchaus wichtiger Film. Ja, diese Geschichte mit den Straßenkindern, die war für mich wiederum eine, bei der ich Schwierigkeiten hatte, mich da rein zu versetzen. Vermutlich, weil ich mich mehr auf die andere Story konzentriert habe. Aber das zeigt eben das, was wir beide ja schon mehr oder weniger gesagt haben. Nämlich, dass diese Geschichten sich einfach nur sehr mühsam und sehr konstruiert verbinden. Du hast auch diese Frage angesprochen, was ist jetzt die Funktion dieses jungen Mannes? Und das trifft es eigentlich sehr gut. Er wirkt wie eine Figur, die nur funktional ist. Er wirkt nicht wie ein authentischer Charakter, wie eine Persönlichkeit, die irgendwie Individualität hat, sondern einfach nur wie jemand, der die Handlung ein Stück weiter bringen muss oder an bestimmten Momenten vorhanden sein muss, damit ein Dialog entstehen kann und uns irgendwie dialogisch Informationen vermittelt werden können. Und dieses Konstruierte, dieses Ungelenke, das hat dieser Film leider oft und das schwächt die durchaus kraftvolle Thematik. Aber ich denke, also zumindest für mich gab es da doch wesentlich mehr wirkungsvolle Sachen drin als Dinge, die nicht funktioniert haben. Insbesondere, ich will jetzt hier auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber dass der Film uns ein konventionelles Happy End einfach nicht liefert und einfach zeigt, dass bestimmte Fehler oder bestimmte Dinge, die man getan hat, sich manchmal einfach nicht wieder ausgleichen lassen. Und ganz oft bekommen wir in Filmen das Narrativ, dass es heißt, oh, wenn man als Elternfigur oder auch als Elterngeneration oder als Verantwortliche Menschen, für die man verantwortlich gewesen wäre oder die Schutz oder Hilfe gebraucht hätten, wenn man die schlecht behandelt hat oder denen das verwehrt hat, dann braucht man ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahre später einfach nur sagen, oh, tut mir leid. Und dann ist alles wieder gut. Und dass dieser Film eben zeigt, das geht manchmal nicht. Manchmal geht es gar nicht, weil diese Menschen, die dann Leid erlitten haben, das nicht wollten, sondern einfach, weil das Schicksal vielleicht diese Menschen entdrückt hat, weil die vielleicht tot sind, weil die vielleicht gar nicht mehr die Mittel haben, zurückzukehren oder weil die so traumatisiert sind, dass man das Rad nicht nochmal zurückdrehen kann und dass man dann damit leben muss. Ja, also ich muss auch sagen, wenn der Film dann zu seinem Ende kommt, dachte ich zuerst so, was machst du denn da jetzt, lieber Film? Das ist ja, da war ich wirklich ein bisschen baff, weil es ja, kleiner Spoiler, ja so ein bisschen danach aussieht, dass jetzt zufälligerweise alles doch noch sich in Wohlwollen auflöst und fand es dann noch sehr clever, was dann der Regisseur dann letztlich dann doch damit macht. Womit ich auch ein bisschen hadere bei dem Film, aber auch nur ein bisschen ist, wir, ich nenne es mal, tauchen ja auch in diese Transwelt ab. Das klingt jetzt irgendwie komplett falsch, aber diese Szene in Istanbul von diesen Transmenschen, die sich da zusammengetan haben. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es so eine Art, weiß nicht, wie damals in Los Angeles und New York, Chinatown gibt es in Istanbul anscheinend, Transtown, um es mal ganz blöd auszudrücken. Und wenn diese Menschen, diese Transmenschen da zusammensitzen und reden, fand ich das eigentlich ganz, ganz nett. Aber ich dachte mir auch so, irgendwie wird mir das fast schon ein bisschen zu romantisiert, finde ich. Also ich erwarte jetzt nicht und will auch nicht sehen, dass sie die ganze Zeit da auf der Flucht sind und weiß ich nicht. Aber es gab Momente, wo ich dachte, irgendwie glaube ich gerade nicht, dass das alles so harmonisch da abläuft. Wie siehst du das? Ja, ich denke, der Film hätte uns sicher noch an mehr Stellen diese vehemente Diskriminierung zeigen können, die diese Menschen dort erleiden müssen. Und auch die Doppelmoral der Gesellschaft, also auch die Ambivalenz der gerade der türkischen und georgischen Gesellschaft, die im Falle von einer Großstadt wie Istanbul zum Beispiel sehr tolerante, sehr offene Seiten hat. Aber wo es auf der anderen Seite wieder totalen Konservativismus gibt oder wo Leute auch ihre eigene Sexualität verleugnen. Da sehen wir ja ein sehr gutes Beispiel in der Beziehung der Anwältin, die Evrim heißt sie, die eben selbst trans ist. Und gerade im Begriff davon, sich mit einem so on-off Boyfriend zu entzweien, der offenbar sexuell oder emotional oder beides an ihr hängt, aber diese Beziehung einfach in keiner Form irgendwie öffentlich zugeben will. Und so, dass sie dann eben immer versteckt ist und er mit ihr nicht ins Restaurant gehen will und nicht mit ihr gesehen werden will. Und wie sehr das jemanden verletzt, dass man sozusagen peinlich ist für den anderen. Und auch dann eine Sache, die bei mir ambivalent angekommen ist, dass wir sehen, dass sehr viele Transfrauen da Sexarbeiterinnen sind. Und einerseits ist es zutreffend, dass eine relativ hohe Anzahl an Transfrauen, gerade in solchen Ländern, die sehr intolerant und wenig unterstützend sind, keine andere Wahl haben, als auch mit unter Sexarbeit zu gehen. Aber das ist dann halt auch schon wieder ein Klischee, wenn du im Film Transfrauen hast. Oh ja, klar, Sexarbeit. Was sonst? Ja, genau. Da wünsche ich mir dann halt auch, dass man mal einfach nicht immer dieses Bild bedient, sondern ein Bewusstsein, eine Sensibilität dafür entwickelt und sagt, hey, es gibt auch viele Transmenschen, die völlig normale Jobs haben oder die ein anderes sind oder was heißt völlig normaler Jobs. Im Prinzip sollte Sexarbeit ein ganz normaler Job sein. Es wird aber von der Gesellschaft nicht wie ein ganz normaler Job behandelt. Es hat immer noch eine stigmatisierte Position. Es ist oft kriminalisiert. Vielleicht, wenn es ganz schlimm kommt, auch wieder in Deutschland. Hoffen wir es nicht. Ja, kleiner politischer Seitenabschwenker. Ja, Sexarbeit ist Arbeit. Hier. Und dass der Film da eben mehr Sensibilität hätte und uns auch Alternativen dazu zeigen würde, zu diesen Klischeebildern. Und da haben wir dann oft das Gefühl, dass es ein Film wie die allerbesten Absichten hat, aber es nicht immer schafft, die ideal umzusetzen. Und gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht. Trotzdem würde ich aber sagen, dass der Film im Großen und Ganzen gut gemacht ist, auch wenn er einige Schwächen hat, an denen er arbeiten soll. Und dass der Regisseur hoffentlich bis zum nächsten Werk tun wird. Ja, also der Film, der wirkt authentisch. Ich sagte schon, der ist auch gut gespielt. Und ich bin ihm auch nicht böse. Aber ich glaube, seine Schwäche oder größte Schwäche für mich ist einfach erst zu vollgestopft. Es war mir zu viel. Sodass ich gleich deswegen immer so gesucht habe nach dieser vierten Geschichte mit den zwei Kindern, weil die halt in Anführungszeichen noch die einfachste ist. Vielleicht lag es einfach daran. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist, Gott bewahre, das ist auf gar keinen Fall. Aber für mich, muss ich ehrlich sagen, war es dann nicht, das ist jetzt auch übertrieben. Aber ich konnte damit nicht so viel anfangen. Aber ich sehe seine Qualitäten und würde jetzt auch sagen, wenn euch dieser Film im entferntesten interessiert, dann sehe ich keinen Grund, warum ihr ihn nicht sehen solltet. Denn es ist so ein kleines Art Kino, Arthouse-Kino oder europäisches Kino, das man auf jeden Fall unterstützen sollte. Auch wenn ich jetzt mit diesem Film nicht so viel anfangen konnte. Das ist quasi schon mein Fazit. Normalerweise frage ich immer, ob noch irgendwas zu sagen ist vom Fazit. Jetzt habe ich aber mein Fazit gesagt. Deswegen nieder. Du kannst gerne noch was loswerden oder einfach zu deinem Fazit kommen. Das überlasse ich jetzt ganz dir. Ich habe im Wesentlichen auch nichts weiter zu sagen als mein Fazit. Nämlich, dass es ein sehr sehenswerter Film ist, trotz aller Schwächen. Insbesondere ein toller Schauspielfilm. Das möchte ich hier nochmal betonen. Wir haben eine ganz wunderbare Hauptdarstellerin in Sia Arabuli und auch eine tolle Nebendarstellerin hier in Denise Dumanli, die die Anwältin Evrim spielt, die die beiden in Istanbul dann unterstützt. Und ein Film, der uns auch zum Beispiel an der Figur der Lea, die als alte oder ältere, würdige Dame mit bestimmten Klischees, mit Erwartungen, mit konservativen Bildern davon, wie eine Frau ab einem bestimmten Alter aufzutreten habe, konfrontiert wird und zeigt, auf wie vielen Ebenen gesellschaftliche Beschränkungen wirken und dass es letztlich schädlich für uns alle ist und dass auch die Leute, die auf der einen Seite intolerante Regelungen oder moralistische Wertungen aufstellen, auf der anderen Seite Opfer solcher moralistischen Wertungen und reaktionärer Gesellschaftsbilder werden können. Und das ist, denke ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, den dieser Film hat. Darum sage ich, es ist definitiv kein perfekter Film. Schaut ihn euch trotzdem an, weil das eben mehr von dem ungewöhnlichen Kino ist, was auch mal Ecken und Kanten hat, das nicht so glatt gebügelter Mainstream ist und auch nicht aus Hollywood kommt, sondern eben auch mal aus Georgien. Vielen Dank. Damit sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt, außerdem auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de und weil wir ja ganz cool sind und richtig fancy, gibt es uns auch bei Discord. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Einfach dem Link folgen bei uns in der Beschreibung. Ansonsten war es das von meiner Seite. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank an Lida. Vielen Dank an mir selbst. Ich fahre mich persönlich heute auch ganz cool. Trotz des Georgien-Feders, aber wir sind alle nur Menschen. Und ich sage Tschüss und Lida, dir gebührt das letzte Wort. Macht's gut, Leute. Bye, bye. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.